Nein, 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 da sag ich am besten nix dazu. Das ist nämlich so ein schöner, verfickter Angriff. Och ja, ich ziel einfach mal drauf, ich ziel einfach mal drauf. Das verfolgt den ja, das verfolgt den ja jahrelang, Millionen Jahre. Nein, vergiss es, ich denk gar nicht dran aufzugeben. Going down. Gotcha. Da, da kann man gar nicht ausweichen. Mann, bin ich doof. Oh Gott, ich bin so blöd. Ich bin so dermaßen blöd. Ist mir egal. Ich will das so lange, bis ich es hab. Klar, da kann man ja nur verlieren. Ich sag, ich sag am besten, ich sag am besten gar nichts mehr dazu. Oh, oh. hmmm Anamut hmmm Das ist einer der Gründe, was ich an Leon hasse. Erst schön aufladen, erst stundenlang, ja natürlich, erst stundenlang aufladen und dann Das war nicht unbedingt beabsichtigt, aber nein! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Breakthrough sind ja auch arschlos! There's no running! Ich kann ja nicht ausweichen, egal was ich mach! Und falls ihr jetzt sagt, es wird doch wohl nicht so schwer, seinen Angriff zu setzen, mal den Angriff zu treffen, mach das mal selber erst mal noch gegen so'n Scheißvieh! Nix ist! Nix ist! Du verdammte Drecks, bitch! Huren Scheißvieh! Ha! Und level up wie Arsch! Level up wie Arsch! My fangs are still intact! Ha! Victory is absolute! Oh! Man fühlt sich gut an! Oh! Oh Gott! Ein Glück, das wird keiner! Oh! A world of disorder ruled only by power and desire! Could anything be more sad? Everything's gonna be alright! That's what... We have to do something for all the people who believe in us! Hm... Muss ich da noch was dazu sagen? Ich glaube nicht! Keep full from... Das lässt sich einrichten! Lässt! Muss auch lassen, nicht! Für eins bringt mir nix! Ich mach mit Threshold! Phoenix Pinion! Mach das Vieh platt! Ach du aufst! Haha! Going down! You know this happens Roughdivine? Auf Arschloß Ah hier ist es sogar wenn davon How do you like this? Revolver drive ist vielleicht zu gebrauchen vielleicht Victory is absolute Ach jetzt sag doch mal wieder deinen schönen Satz oder bist du schon so mächtig um das zu sagen Ja man merkt Ey da sorgt ich langsam gar nix mehr dazu Ich versuch mich jetzt noch mal in dem hier Ich versuch's Mehr kann ich nicht garantieren Größte Arschgeilge von allen gegen den man so fast von gar nicht kämpfen will freiwillig Was zur Hölle? Da was sag ich? Genau wegen solcher scheiß Sachen Nein Dieses Timing Dieses dreckige scheiß Timing Oh nein ich mach ja Ich drück ja automatisch auf dodgen sobald ich seh Ach der der will angreifen Egal was es ist ich dodge einfach sofort Instant Und das war übrigens gerade Instant death Jaja X X Intage Ja Und reingedodged Nein 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 Going down Und Und Gschel Und Oh mein Gott und Echt Naja, fast. Here goes! Ha! Mission accomplished! Jawoll! Victory! Und das ohne Magic Pot! Yes! Ha! Man, fühl ich mich gut heute! Das stimmt. Aha! Level increased by 3! Das ist so geil. Danke dir, schwarzer Chocobo. Tja, das nenn ich mal Ownage. Critical Boost hat was für sich, der Critical Boost. Ah. Muss ich eine bestimmte Anzahl machen, weil sonst... Sonst wäre das jetzt nicht aufgetaucht. Ich hoffe, ich schon mal dabei bin. Ich bin gerade in Mörderstimmung. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ein Trial. Oh, ein Trial meiner Nerven. Ah, fuck. Break. Und tschüss. Ich bin jetzt leer. Du bist tot! Du bist tot! Du bist tot! Du bist tot! Die Wachstum ist absolut. Also irgendwas muss ich doch gegessen haben, dass ich jetzt die übelste Bläbungen habe. Na? Ah?